. . . . Auf der ATP World Tour 2017 Auf der ATP World Tour 2017 Vierte Brexions. Und er ist... Noch kein erster Aufschlag bei Federer im Feld. Da wieder in die Spur zu kommen. Alle unter einen Laster geraten. Das gibt sie, der ist auf der Linie. Die auf die Anzeigetafel kommen. Das war mal richtig. Das war Pierre Paganini, sorry. Das ist der Wahnsinn. Druck steht. Und dann gleich der Sprint. Medium Fast. Eingeschätzt. Eingeschätzt, aber es gibt auch noch andere Werte, die man dazu ratet. Jetzt gibt es da nur sehr geringe Unterschiede. Tja, dann sehen Sie mal, wie der Aufschlag funktioniert. Auf! 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 dann macht wieder boom wenn er so viel zeit hat sowohl beim im court stehen kann Also da sind 20 WM zu qualifizieren. Ja, er traut sich mal was, so ein faires Publikum. Ja, probiert er mal. Er schlägt deutlich besser. Ja, das hat er sich verdient. Die Feder scheint noch Termine zu haben. Das ist wie ein schnelles, schmerzloses Ende. Ja, das hat er. Super! Mit den Umständen muss man erstmal warm werden. Was? 13, 15. 20, 15. 20, 15. 20, 15. 20, 15. 20, 15. 30, 15. Aber davon ist nichts mehr zu spüren. Ah!